Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei der Zeit im Bild 2. Die Statistik Austria hat den Impfstatus unterschiedlicher Gruppen erhoben. Stichprobe, ältere Besserverdiener und Menschen mit hohen Bildungsabschlüssen sind öfter geimpft. Welche Schlüsse zieht die Regierung daraus für die Impfkampagne? In unserer Reihe zum Jahreswechsel ist FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl zu Gast. Förderbilanz mehr als 1000 Unternehmen haben zu hohe Corona-Hilfen erhalten und freiwillig zurückgezahlt. Wie treffsicher waren die Hilfen? Schatten des Krieges, der Wiederaufbau im Gaza-Streifen geht nur sehr schleppend voran. Die Statistik Austria hat heute neue Zahlen präsentiert, die erstmals zeigen, wie sich die Durchimpfungsrate in einzelnen Bevölkerungsgruppen unterscheidet. Je älter und je höher die abgeschlossene Bildung einer Person ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, geimpft zu sein. Universitätsabsolventinnen und Absolventen haben die höchsten Durchimpfungsraten. Mit dem Alter wird der Bildungsunterschied aber deutlich kleiner. Bemerkenswert sind auch die Unterschiede zwischen den Wirtschaftszweigen. In der Informationsbranche sind nur 13 Prozent weder geimpft noch genesen. Auch die öffentliche Verwaltung oder die Finanzbranche hat niedrige Zahlen an Ungeimpften. Ganz anders in der Landwirtschaft oder am Bau. Dort sind 28 oder 30 Prozent ohne Schutz durch eine Impfung oder eine Infektion. Und während 68 Prozent der Menschen, die hier leben und auch in Österreich geboren sind, geimpft sind, sind es bei Menschen aus der Türkei, Tschechien, Deutschland oder Afghanistan mehr, nämlich über 70 Prozent. Am anderen Ende, bei denen, die in Österreich leben, aber aus Ungarn, Serbien, Russland oder Rumänien kommen, sind es deutlich weniger. Welche Schlüsse die Regierung daraus für die Impfpflicht und die Impfkampagne zieht, weiß Harald Jungertmeier. Die Impfung als Weg aus der Corona-Krise. Diese Botschaft verkünden Bundesregierung und Wissenschaftler seit einem Jahr. Viele sind ihnen gefolgt, aber noch nicht genug, um das Virus in den Griff zu bekommen. Eine Studie der Statistik Austria zeigt nun, wovon es abhängt, ob jemand impfen geht oder nicht. Die jetzt erstmals vorliegenden Ergebnisse für die Gesamtbevölkerung bestätigen, die höhere Impfquote sowohl von Personen mit höherer Ausbildung als auch der aktiv erwerbstätigen Bevölkerung. Aber auch Alter, Herkunft und Wirtschaftsbranche haben einen Einfluss auf das Impfverhalten. Anhand der neuen Erkenntnisse sollen Informationskampagnen zur Impfung künftig besser auf die größten Impfmuffel zugeschnitten werden. Neben Überzeugung setzt die Regierung aber auch auf Druck. Die Impfpflicht werde wie geplant ab Februar kommen, hält der Gesundheitsminister heute fest. Bis 10. Jänner können im Rahmen der parlamentarischen Begutachtung Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf eingebracht werden. Und viele tun das auch. Heute Abend sind es schon um die 44.000. Es wird parallel natürlich bereits gearbeitet, abgearbeitet, angeschaut. Wir nehmen diese Einsprüche sehr ernst. Es sind eigentlich Stellungnahmen, keine Einsprüche und werden dementsprechend auch noch Adoptierungen vornehmen. Zufrieden mit dieser Flut an Stellungnahmen dürfte FPÖ-Chef Herbert Kickl sein, hat der Kritiker der Impfpflicht doch dazu aufgerufen, ihre Ablehnung auch auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen. Unter Kickl fährt die FPÖ einen frontalen Oppositionskurs gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Schrille Töne inklusive. Herbert Kickl nennt Österreich im Zusammenhang mit der Impfpflicht eine Diktatur. Seine Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch behauptet allen Aussagen von Ärztinnen und Pflegepersonal zum Trotz, dass nicht Ungeimpfte, sondern Geimpfte mit Impfschäden die Spitäler füllen würden. Töne wie diese würden bei manchen in der FPÖ Unbehagen verursachen, sagt das freiheitliche Urgestein Andreas Mölzer. Mölzer selbst ist zweimal geimpft und hat sich dennoch infiziert. Die Impfung hätte ihm aber möglicherweise die Intensivstation erspart, sagt er. So eine Partei wie die FPÖ sollte zwar gegen Einschränkung der Bürgerrechte auftreten, sie sollte aber nicht sich medizinische Kompetenz anmaßen. Das tut ja nicht, ich halte es mit der Schulmedizin, ich halte es mit der Wissenschaft und was man von dieser Seite geraten wird, werde nicht tun. Sein Parteichef sieht das bekanntermaßen anders. Und der ist jetzt hier im ZIB2-Studio zu Gast. Im Rahmen unserer Interviews zum Jahreswechsel darf ich den FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubchef Herbert Kickl im Studio begrüßen. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Herr Klubobmann, nach 1997 hat die FPÖ eine Impfpflicht gefordert. Im Jänner 2019 stellt die FPÖ Tirol einen Dringlichkeitsantrag für eine Informationskampagne über die Folgen des Nicht-Impfens. Und nur vier Monate vor Beginn der Pandemie, im Dezember 2019, hat der Gesundheitssprecher gefordert, die Auszahlung von Sozialleistungen an den Impfstatus zu koppeln. Alles Dinge, die Sie heute als diktatorisch bezeichnen. Warum haben Sie denn seit Sie, Obmann, sind den Kurs der FPÖ in Impffragen um 180 Grad gedreht? Zunächst einmal hauen Sie da Kraut und Ruben durcheinander. Aber das bin ich ja durchaus gewohnt. Alles andere hätte mich überrascht. Sie wissen, dass es hier in dem Zusammenhang mit diesen Impfdebatten, wo Sie mehr als 20 Jahre zurückgegangen sind in Ihrem ersten Einstieg, um ganz andere Impfungen geht. Und das wird selbst von denjenigen, die jetzt den Impfzwang oder die Impfpflicht propagieren, zugestanden, dass diese Impfungen nicht vergleichbar sind. Also da sollte man nicht ein Problem konstruieren, das es in der Sache nicht gibt. Das heißt, eine Impfpflicht etwa für Hepatitis oder die Masern wäre in Ordnung? Naja, es ist die Frage, mit welchem Impfstoff haben Sie es zu tun? Haben Sie es mit einem Impfstoff zu tun, der tatsächlich eine sterile Immunität gewährleistet, der die Menschen davor schützt, dass sie sich anstecken und dass man das Virus weitergibt? Oder haben Sie es mit dem zu tun, was jetzt vorliegt, wo es keinen sterilen Schutz gibt, wo die Wirkung in Wahrheit von Monat zu Monat geringer wird und wo die Regierung in einer einzigen Rückwärtsbewegung ist? Ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Kriterium ist. Das wird übrigens auch noch etwas sein neben verfassungsrechtlichen Bedenken, wo es wahrscheinlich dazu kommen wird, dass dieser Impfzwang auch verfassungsrechtlich nicht halten wird. Sagen ja in der Zwischenzeit Experten der Regierung, sagen Experten der deutschen Regierung, dass das mit einem Impfstoff, wie man ihn klassisch kennt und mit dem, was die Bevölkerung darunter versteht, eigentlich nichts zu tun hat. Das ist eine schlechte Impfung, hat der Herr Wenisch gesagt, sagt im Übrigen auch der Herr Streeck. So, und jetzt können Sie mich fragen, warum wir die Position ändern? Weil der Impfstoff ein anderer ist. Wir reden hier von anderen Dingen. Und weil wir hier mit der Problematik Covid-19 etwas vor uns liegen haben, wo wir ganz genau wissen, dass eigentlich nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung betroffen ist. Und dass für den Großteil der Menschen, und das wird sich jetzt bei Omikron wahrscheinlich noch steigern, für den Großteil der Menschen das Durchlaufen dieser Krankheit nicht mit einer schweren Gesundheitsgefährdung oder mit einem Intensivstationaufenthalt verbunden ist. Und das ist ganz wichtig. Aber für das österreichische Gesundheitssystem waren die bisherigen Wellen eine enorme Herausforderung. Und Sie haben wiederholt, Moment, aber Sie haben wiederholt auch hier jetzt gerade die Impfung als un- oder nur schlecht wirksam dargestellt. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass das nicht meine Interpretation der Dinge ist. Ich habe Herrn Wenisch zitiert, der als Regierungsexperte berühmt geworden ist mit dem Foto, wo er sich diese Impfung verabreichen hat lassen, dann stellt er sich mit Regierungsvertretern hin und sagt, Maßen und Bocken, das wäre eine gute Impfung und das ist eine schlechte. Sie haben immer wieder die Impfung, die Wirkung der Impfung in Frage gestellt haben. Ich hätte ja hunderte Zitate, die Impfung ist eine lahme Ente, die schlechte Wirkung der Impfung wird von Tag zu Tag sichtbarer. All das, Sie haben immer wieder Aussagen über die Wirkung der Impfung getroffen und nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch wesentlich und hochrangige Vertreter Ihrer eigenen Partei, darf ich die Frage bitte fertigstellen, widersprechen Ihnen dann mittlerweile sehr, sehr laut öffentlich, wie groß ist denn der Rückhalt in Ihrer eigenen Partei, wenn Sie immer wieder auch sich zu medizinischen Themen inhaltlich äußern? Also erstens einmal, wenn Sie sagen, dass ich hier die Wirksamkeit der Impfung in Frage gestellt habe, dann habe ich das immer unter Bezug auf Aussagen von Medizinern, von Wissenschaftlern oder von weltweit anerkannten Wissenschaftsjournalen gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel bei der von Ihnen zuvor zitierten Aussage Science zitiert. Ich habe israelische Wissenschaftler zitiert, die die Wirkung der Impfung folgendermaßen beschrieben haben. Die Impfung wirkt, aber sie wirkt nicht gut genug. Und das war auch der Grund, warum ich bereits vor dem Sommer den damaligen noch Bundeskanzler Kurz gefragt habe, auf welcher Grundlage er seine politischen Versprechen im Zusammenhang mit der Impfung abgeben kann, wenn doch Israel, das eine viel höhere Impfquote hat und das Testlabor nach Eigendefinition der gesamten Welt ist, zu ganz anderen Ergebnissen kommt und wenn nicht einmal Vertreter der Impfstofffirmen selber diese Prognosen machen. Er hat mir keine Antwort gegeben. Es war ein unhaltbares politisches Versprechen, mit dem er versucht hat, ein paar Monate Zeit zu gewinnen. Und das ist für mich eine unseriöse Vorgangsweise. Da bin ich sehr seriös in meiner Vorgangsweise. Immer wieder kritisiert wurde, aber gleichzeitig haben Sie halt auch immer wieder in den Raum gestellt, dass die Impfung als solches nicht wirkt. Sie wirkt nicht gut genug, habe ich dazu gesagt. Sie ist nicht der Gamechanger. Die Frage ist, wie gut Sie gut genug definieren. Da gibt es ja zahlreiche Studien, die zeigen, dass sie sehr, sehr gut vor schweren Verläufen vor dem Tod schützt. Und wir sehen das ja auch heute an den heutigen Zahlen in den Krankenhäusern. Wir haben da eine Grafik vorbereitet. Von einer Million vollständig Geimpften sind statt heute 13 Personen auf einer Intensivstation. Von einer Million nicht vollständig Geimpften sind 108 Personen auf einer Intensivstation. Also sehr viel deutlich, kann man ja die grundsätzliche Wirkung einer Impfung eigentlich kaum darstellen. Sie wirkt ja, aber sie wirkt nicht so, dass sie der Gamechanger ist, der uns aus der Pandemie herausbringt. Und das war ja das zentrale politische Versprechen. Und ich habe damals gefragt, ich sage es noch einmal, wie man zu diesen Aussagen kommt. Es konnte mir niemand von Seiten der Regierung sagen. Es war ein ungedeckter Scheck, den man hier ausgestellt hat. Und der ist der Regierung auf den Kopf gefallen. Und es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird immer schlechter mit diesen Weiterboostern und Weiterboostern, wo die Abstände immer kürzer werden und die Wirkung nachlasst, kommen wir aus dieser Pandemie nicht heraus. Und wenn wir jetzt von der Intensivbelegung reden, da haben auch wir als einzige Partei auch einen anderen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, lassen wir es bei der Impfung bei der Freiwilligkeit. Das kann ja jeder machen. Ich will es Ihnen ja nicht verbieten. Das ist der große Vorteil der Freiheitlichen. Wir gehen einen Schritt weiter. Jeder soll das tun können, was er will im Zusammenhang mit der Impfung. Aber nutzen wir auch andere Möglichkeiten, die es gibt. Beginnen wir doch frühzeitig mit Behandlungen zu Hause durch einen Arzt. Natürlich mit verschriebenen Medikamenten auf das Risikoprofil von Patienten angepasst. Aber auch hier haben Sie wieder Mittel empfohlen, deren Wirkung nicht nachgewiesen ist. Sie haben hier auch immer wieder Mittel empfohlen, deren Wirkung nicht nachgewiesen ist oder mittlerweile sogar das Gegenteil bewiesen ist. Ganz prominent das Mittel Ivermectin, das beim Menschen vor allem gegen Parasiten und Grätze eingesetzt wird. Das haben Sie immer wieder auch für Covid-19 empfohlen. Und hören wir da mal ganz kurz rein, wie Sie das gemacht haben. Eines dieser Medikamente ist natürlich Ivermectin. Das ist eines dieser Medikamente, wo wir wissen, wo wir sehen, und das ist auch in klinischen Studien bewiesen, dass es hier eine Wirksamkeit auch im Zusammenhang mit Covid-19 gibt. Das ist falsch, das ist sogar gefährlich. Warum tun Sie das im vollen Wissen, dass Menschen Ihnen zuhören und dass Sie diese Menschen vielleicht auch in Gefahr bringen? Herr Tür, diese ganze Corona-Pandemie wäre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine riesige Chance gewesen, dadurch aufzufallen in der medialen Berichterstattung, dass man seriös und umfassend berichtet. Sie hätten die Gelegenheit, hier jeden Abend in die ZIP2 Ärzte einzuladen, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, die in der Praxis am Patienten, entweder in ihrer Ordination oder aber in Spitälern, und das Ganze auch mit klinischen Studien belegt, Ivermectin zum Einsatz gebracht haben. Die würden Ihnen erklären, dass es wirkt. Das stimmt so nicht. Ich habe auch heute wieder mit einer ganzen Reihe an Virologen gesprochen. Ich habe eine ganze Reihe an Studien vom RKI, von der WHO, vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, hier die alle sagen, Ivermectin ist für den Einsatz bei der Covid-19-Erkrankung nicht, die Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen. Und ich hätte noch ein anderes Zitat, nämlich eine ehemalige FPÖ-Gesundheitsministerin, nämlich Beate Hartinger-Klein, möchte ich zitieren. Die sagt zu ihrem Ivermectin-Vorschlag, das sei, Zitat, letztklassig und indiskutabel, das entspreche keiner medizinischer Evidenz und stünde einem Politiker nicht zu. Liegt sie also auch falsch? Ja, da liegt sie falsch. Und noch einmal, sie ist auch keine Virologin, das sage ich nur dazu, und sie ist offensichtlich auch nicht umfassend informiert. Und das stört mich jetzt, dass auch Sie als Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier in eine Kerbe schlagen, wo Sie die Bevölkerung für blöd verkaufen. Da fährt man eine Propaganda in Richtung, was weiß ich was, Pferdewurmmittel und ähnlicher Dinge und unterschlägt dabei, dass Ivermectin ein Wirkstoff ist, der sowohl in der Veterinär- als auch in der Humanmedizin zum Einsatz kommt. Gegen Kretze und gegen Würmer. Ja, entschuldigen Sie, es gibt viele Medikamente, die für etwas anderes erfunden wurden, als dass sie zum Einsatz kommen. Die Wirkung konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Jetzt noch einmal, dann habe ich einen Vorschlag gemacht und interessanterweise wird der abgelehnt. Dann machen wir doch in Österreich bei den hohen Infektionszahlen eine Studie. Machen wir Folgendes. Behandeln wir die Hälfte der neu infizierten Personen nach den Medikamentenschemata, die ja nicht ich erfunden habe, die in der USA, die in vielen anderen Ländern weltweit zum Einsatz kommen. Und wo eine der Möglichkeiten davon, eine davon, neben vielen anderen, auch Ivermectin ist, machen wir eine solche Studie, behandeln wir Patienten frühzeitig nach einer Infektion mit Symptomen und machen wir eine Kontrollgruppe, wo wir das nicht tun. Diese Studien gibt es auch, das machen Wissenschaftler, das werden nicht Politiker losen. Nein, wissen Sie, warum diese Studien nicht gemacht werden? Weil die Pharmaindustrie daran kein Interesse hat, weil logischerweise Ivermectin ein sehr, sehr billiges Arzneimittel ist. Das ist das Problem und es werden ja jetzt bald Tabletten auf den Markt kommen, eine davon von Pfizer, die mit dem gleichen Wirkmechanismus arbeiten, die heute ein Vielfaches davon kosten. Und jetzt bitte sind Sie nicht so naiv, als dass Sie mir erklären wollen, dass bei der Pharmaindustrie Geschäftsinteressen nicht eine maßgebliche Rolle spielen. Das würde mich dann sehr enttäuschen, wenn Sie das glauben würden. Ich würde gerne die virologische Debatte zwischen uns beiden etwas abkürzen und noch zum anderen Thema kommen, nämlich zum Thema Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Die FPÖ veranstaltet ja einige davon, Sie nehmen auch an Kundgebungen teil. Sie wurden bereits sehr oft gefragt zur Beteiligung rechter und rechtsextremer Gruppen an diesen Demonstrationen. Mich würde heute ein anderer Aspekt interessieren, nämlich bei diesen Kundgebungen vergleichen sich viele Demonstrierende mit Juden, stellen die Corona-Maßnahmen in eine Reihe mit der systematischen Judenvernichtung im Dritten Reich. Bisher habe ich keine Aussage von Ihnen gefunden, die diesen Antisemitismus auf Corona-Demos verurteilt. Kriege ich die heute von Ihnen? Nachdem Sie zuerst eine Antwort auf die Vorwürfe gebracht haben, was diese Rechten betrifft, die dort angeblich auftreten. Das ist ja auch eine Erkenntnis des Jahres 2021, dass Leute, die für ihre Grund- und Freiheitsrechte demonstrieren und die für eine Verhältnismäßigkeit und Ausgewogenheit bei Covid-Maßnahmen demonstrieren, dass das jetzt die neuen Rechtsextremen sind. Da wird man noch viel zu lachen haben in den nächsten Jahren. Die, die die, die deren davon wohl als Rechtsextrem bezeichnen, oder? Na, was heißt das dann Rechtsextrem? Liegt irgendetwas vor in strafrechtlicher Hinsicht? Rechtsextrem ist kein strafrechtlicher Vorwurf. Na, dann ist es Ihre Moralvorstellung, oder was ist es dann? Das ist ein politikwissenschaftlicher Begriff. Aha, okay. Und der entscheidet jetzt darüber, ob jemand seine staatsbürgerlichen Rechte wahrnehmen darf oder nicht? Nein. Aha, okay. Ich habe Ihnen auch keine Frage dazu gestellt, ich habe Ihnen eine Frage... Aber was gibt es dann zum Aufregen? Gar nichts. Ich habe eine Frage gestellt zu der Frage von Antisemitismus. Ich höre ja immer, ja. Ich höre ja immer, ich höre ja immer im Zusammenhang mit, also wenn man den Nationalsozialismus verurteilt, vollkommen zu Recht, dass dieses totalitäre Regime, dass der Nationalsozialismus ja nicht mit einem Weltkrieg begonnen hat und nicht mit irgendwelchen Vernichtungslagern, sondern er hat damit begonnen, dass man Menschen systematisch ausgegrenzt hat. Er hat damit begonnen, dass man zum Beispiel Kinder, weil sie jüdischer Abstammung gewesen sind, nicht in die Schule gelassen hat. Wenn jetzt dort Leute zum Beispiel mit einer israelischen Flagge herumrennen, dann tun sie das nicht deshalb, weil sie den Nationalsozialismus verherrlichen, sondern weil sie die Kritik zum Ausdruck bringen wollen, die in Form einer Sündenbockpolitik hier stattfindet. Da gehen Menschen mit Judensternen auf die Straße, halten Schilder in die Höhe, auf denen steht Impfen macht frei. Das relativiert die Verbrechen der Nationalsozialisten und die Millionentoten natürlich. Herr Till, erstens einmal, das ist eine Kritik am Nationalsozialismus und überhaupt nichts anderes. Und wenn Sie ehrlich zu sich selber sind, dann werden Sie mir das auch zugestehen. Und wenn das jetzt eine Verharmlosung des Nationalsozialismus ist, dann möchte ich nicht wissen, was das dann ist, wenn irgendwelche politischen Gegner der Freiheitlichen mich und andere als Nationalsozialisten oder als Leute, die eine Affinität dazu haben, bezeichnen. Was ist denn das dann? Nur ganz kurz, wir sind schon sehr weit über der Zeit, ich würde Sie noch ganz gerne zum nächsten Jahr fragen. Da wird nämlich eine Wahl anstehen, Sie müssen sich nämlich wieder einem Bundesparteitag stellen, diesmal einem ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ. Sie haben heuer bei Ihrer ersten Wahl 88,2 Prozent erreicht. Liegt nächstes Jahr Ihre Hürde bei über 90 Prozent? Ja, es darf immer mehr sein, aber gegen die Parteivorsitzenden der SPÖ waren ja die 88,2 Prozent ein Sensationsergebnis. Aber Sie werden ja wohl besser darstellen wollen. Ich glaube, es werden das nächste Mal mehr sein. Lassen Sie sich überraschen. Eines befürchte ich, ich glaube, es können noch deutlich mehr werden und Sie werden immer noch ein Haar in der Suppe finden. Aber setzen Sie sich das Ziel über 90? Ich werde mir das Ziel dann setzen, wenn der Parteitag ansteht. Herr Klubobmann, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Kost es, was es wolle. Mit diesen Worten hat die Bundesregierung jene Wirtschaftshilfen angekündigt, die Unternehmen durch die Corona-Krise helfen sollen. Bei einigen Unternehmen meinte es die öffentliche Hand, aber offenbar zu gut. Es kam zu Überförderungen. Mehr als 1.000 Betriebe haben bereits zu viel erhaltene Hilfen zurückbezahlt. Freiwillig. Wer das nicht tut, dem Thron strafen. Vanessa Gruber und Ulla Kramer-Schmidt berichten. Geschlossene Geschäfte, stockende Lieferketten, leere Kassen. Um die Einbußen der Betriebe abzufangen, hat die Regierung kräftig in die Steuergeldkasse gegriffen. 42 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen wurden bereits ausbezahlt, beziehungsweise zugesichert. Mehr als 1.100 Unternehmen haben bisher fälschlicherweise erhaltene Wirtschaftshilfen zurückgezahlt. Finanzminister Brunner sagt dazu. Weil ja immer das Ziel war, schnell und unkompliziert auch zu helfen. Das hat die Kofag immer wieder gemacht. Und da sind vielleicht auch Missverständnisse passiert. Und jetzt haben die Unternehmen die Möglichkeit, diese zu viel erhaltenen Mittel auch zurückzuzahlen. Doch es gibt auch laufend Kritik an den Corona-Hilfen. Im Frühjahr zeigten veröffentlichte Beihilfedaten, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen gekommen ist, weil die Zahlungen nicht auf Konzernstrukturen abgestellt sind, sondern auf Einzelgesellschaften, was Ketten mitunter begünstigt. Gestern erst hat die Gastrobranche in einer Aussendung die schleppenden Auszahlungen an mittelständische Unternehmen bemängelt. Heute kritisiert die SPÖ, dass es vor allem dort, wo hoher Wareneinsatz mit hohen Personalkosten zusammentrifft, zu Überförderungen gekommen ist. Die großen Unternehmen müssen natürlich diese Beihilfen nehmen. Die will ich da gar nicht kritisieren. Das ist einfach die falsche Politik der türkis-grünen Regierung gewesen. Wichtig ist, dass jedem geholfen wird. Das sage ich ganz offen. Dass überall die schwarze Null steht, aber dass nicht einige wenige unglaublich profitieren. Das ist halt nicht gerechtfertigt. Die SPÖ hat sich Bilanzen angesehen und legt Berechnungen vor, die zeigen sollen, dass die Wirtschaftshilfen bei einigen Betrieben zu Gewinnsteigerungen geführt haben. Vergleicht man das erste Covid-Jahr 2020 mit 2019, hätte es in der Kfz- oder Baumarktbranche zum Teil Gewinnsteigerungen von bis zu 250 Prozent gegeben, im Elektrohandel von bis zu 130 Prozent. Ganz so scharf will der Steuerberater mit den Förderungen aber nicht ins Gericht gehen. Also im Grunde muss man sagen, keine der Hilfen, die es gab, war mal per se auf Überförderung ausgerichtet. Über diese Hilfen wacht ja auch die EU sehr stark. Bei manchen Instrumenten wie der Kurzarbeitsbeihilfe oder dem Verlustersatz kann man eigentlich Überförderung schon per se ausschließen. Bei dem Umsatzersatz des letzten Jahres oder beim Ausfallsbonus kann es aus der Mechanik einmal in Einzelfällen zumindest theoretisch dazu kommen. Der Finanzminister, der das System ja vom Vorgänger geerbt hat, geht davon aus, dass sich die Situation ohnehin verbessern wird. Das Positive ist, dass jeder Lockdown, jetzt der vierte, auch immer weniger Aufwand verursacht, Gott sei Dank. Das heißt, die Wirtschaftshilfen werden weniger pro Lockdown. Das ist die positive Nachricht, vor allem, weil das Wirtschaftswachstum auch entsprechend stattfinden wird. Ob das neue Jahr diese Erwartungen erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Mehr als ein halbes Jahr nach den Raketenangriffen der Hamas auf Israel und den darauf folgenden israelischen Luftschlägen auf militärische Ziele im Gaza-Streifen kommt der Wiederaufbau in dem von Israel und Ägypten abgeriegelten Küstenstreifen nur sehr schleppend voran. Es fehlt an Baumaterial und Geld. Unser Korrespondent Tim Kuppol war vor Ort. Hier haben 20 Menschen gelebt, eine Großfamilie. Jetzt ist das Haus unbewohnbar. Für den Wiederaufbau gibt es bisher weder Geld noch Baumaterial. Wir mieten seit sechs Monaten ein Notquartier und haben dafür Unterstützung bekommen. In einer Woche läuft die Unterstützung aus. Wenn wir nachfragen, sagen sie uns nur, warten, warten. Aber es gibt nichts. Neuer Stahl aus Ruinen. Hochbetrieb bei den Eisenbiegern von Gaza. Die Ruine des Churuk-Towers im Zentrum von Gaza-Stadt vor sieben Monaten und heute. Das Eisgeschäft gegenüber hat wieder geöffnet. Den Schaden hat der Besitzer aus der eigenen Tasche gezahlt. Ein zerstörtes Wohnhaus in der Al-Wachter-Street vor sieben Monaten. Heute nur eine Baulücke. Es wird aufgeräumt, aber nicht gebaut. Israel kontrolliert die Einfuhr von Baumaterial, um eine Wiederaufrüstung der Terrororganisationen im Gaza-Streifen zu verhindern. Schuttberge am Stadtrand. Die Überreste der zerbombten Hochhäuser von Gaza. Die Not macht die Menschen hier erfinderisch. Aus den Trümmern werden dringend benötigte Baumaterialien. Die Großfamilie von Khamet Barba erzeugt hier im Norden des Küstenstreifens täglich 3000 Ziegel. Zuerst holen wir den Schutt, dann wird er zerkleinert. Dann kommt die Mixer Wasser und Zement dazu und daraus formen wir neue Ziegel. Der Tageslohn für die Schwerarbeit 6 bis 8 Dollar. Es wird der ganze Baustahl wiederverwertet. Das dauert sehr lange. Aber Neubauten finden statt. Allerdings nicht der Wiederaufbau von den beschädigten Gebäuden. Der Vorarlberger hält für das internationale Komitee vom Roten Kreuz Gaza statt am Laufen. Wasser, Strom und Kanalisation. Pumpe Nummer 5 kontrolliert das Abwasser von 200.000 Menschen. Fallen diese Generatoren länger als zwei Stunden aus, werden die Straßen geflutet. Im Wassersektor brauchen wir Stahlrohre. Und seit Beginn des Jahres gibt es eine Totalblockade auf Stahlrohren. Aus Stahlrohren könnten Raketen gebaut werden, warnt Israel. Ungenau aber tödlich. Mehr als 4000 Raketen hat Yamas im Mai auf Israel abgefeuert. In der Medienstelle der Hamas sind neue Drohungen gegen Israel zu hören. Ganz sicher, wenn der Wiederaufbau so langsam weitergeht und sich die Blockade zuspitzt, mit beispiellos hoher Armut und Arbeitslosigkeit, dann kann das wieder zu einer Explosion in Gaza führen, in alle Richtungen. Was ist mit den versprochenen 500 Millionen Dollar für den Wiederaufbau? Hürden bei der Überweisung. Verantwortlich sind die israelischen Besatzer und die palestinensische Autonomiebehörde. Gerade ist im Küstenstreifen der erste Omikron-Fall bestätigt worden. Die Nachricht dringt kaum durch. Doch die Menschen denken vor allem an den nächsten Tag. Es ist Winter in Gaza. Berichtet Tim Kuppel und wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen vom Tag im Überblick. Der oberste Gerichtshof in Russland hat die Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial angeordnet, weil es gegen das sogenannte Ausländische Agentengesetz verstoßen hätte. Die Organisation weist die Vorwürfe als absurd und politisch motiviert zurück. Memorial setzt sich für die Aufarbeitung des stalinistischen Terrors in der Sowjetunion und für Menschenrechte ein. Im Falle einer pandemiebedingten Triage, also wenn es zu einer Patienteneinteilung nach Überlebenschance aufgrund von Bettenknappheit kommt, dürfen Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden. Das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Bundestag müsse dafür unverzüglich eine gesetzliche Grundlage schaffen. Die deutsche Regierung hat angekündigt, sich umgehend darum kümmern zu wollen. Die chinesische Regierung kritisierte die Raumfahrtfirma SpaceX von US-Minierdär Elon Musk. Zweimal hätten sich Starlink-Satelliten auf Kollisionskurs mit der chinesischen Raumstation befunden. Das würde gegen Weltraumverträge verstoßen. Eine Beschwerde wurde nun bei den Vereinten Nationen eingereicht. In Belgien hat der Staatsrat die Schließung von Theatern wieder aufgehoben, weil nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte, dass es in Theaterseelen eine erhöhte Ansteckungsgefahr gäbe. Die Schließung von Theatern, Kinos und Konzertszenen löst eine breite Protestwelle seitens der Kulturbranche aus. Am Ende der Sendung kommen wir noch zu einer ungewöhnlichen Anfrage der Freiheitlichen an den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Die FPÖ stellte Fragen zum Engagement des Physikers Werner Gruber als Forschungskoordinator des Landes Burgenland. Weil auch zu einer Veranstaltung Grubers über UFOs gefragt wurde, stellte der Landeshauptmann außerdem klar, ihm seien Besuche von Außerirdischen im Burgenland nicht bekannt. Serien wie Raumschiff Enterprise seien frei erfunden. Die Frage der FPÖ, ob das Burgenland ein bemanntes Mondprogramm plane, hat der Landeshauptmann allerdings unbeantwortet gelassen. Und wir blicken jetzt noch auf die Wetteraussichten hier auf der Erde. Heute Nacht regnet es verbreitet. Es besteht dabei die Gefahr von gefrierendem Regen, vor allem in der Osthälfte. Vorsicht, Straßen und Wege können spiegelglatt sein. Morgen bringt kräftiger Westwind weitere Regenwolken. Am Nachmittag regnet es im Westen allmählich intensiv. Teil sonnig, teils nebelig verläuft der Mittwoch im Süden. Höchstwerte 4 bis 8 Grad. Am Donnerstag klingt der Regen langsam ab. Der Jahreswechsel erfolgt dann meist trocken, zeitweise sonnig und sehr mild. In tiefen Lagen, vor allem im Süden, ist es aber vereinzelt nebelig. Und im Nebel bleibt es auch kühl. In der ZIP-Nacht geht es heute um die Studie der Universität Wien zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Corona-Demonstrationen. Studienautor Jakob Moritz Eberl ist zu Gast bei Stefan Lengling um 23.50 Uhr in ORF 1. Die Zeit der Bild 2 sagt auf Wiedersehen, noch einen angenehmen Fernsehabend.